aber bevor wir zu den neuen mehr wo es kommen einmal kurz hinweis ich habe patron vielen vielen dank an meine patrons die mich hier unterstützen die mir helfen dass dieser kanal so krass wächst die mich so so stark unterstützen und wenn das auch was für euch sein könnte wenn ihr sagt irgendwann so hey also ich gucke echt viele videos von dir und ich hab bock dich zu unterstützen und ich habe ein paar paar euros zu viel guckt mal bei patron rein vielleicht findet ihr ein tier das zeug passt und ich rede hier nicht vom animal tier sondern ich rede halt von dem patron tier und ansonsten könnt ihr gerne wenn euch das video gefallen hat daumen nach oben da lassen abonnieren weiter da bleiben andere videos von mir schauen und so weiter und so fort wir gucken uns jetzt mehrfolgs an bevor wir jetzt mit den richtig coolen mehrfolgs starten starten wir mit den alteingesessenen wir starten mit true name nemesis true name nemesis möchte ich deshalb damit starten weil ich dazu ganz ganz kurz die geste erzählen muss dass diese karte als sie rauskam legacy total gebrochen hat alle leute haben sie gespielt sie war so gut im 1 gegen 1 es gab ganz wenige leute die mit umgehen konnten dass diese karte gespielt alle haben danach gebrüllt dass sie gebannt wird heute spielt sie niemand mehr niemand ist hier falsch mehrfolgs spielt sie sie ist ein dreimanner dreieinser der schutz vor allem spieler unserer wahl hat im 1 gegen 1 bedeutet das und stormblade manchmal im 1 gegen 1 bedeutet dass diese kreatur kann nicht vom gegner getargetet werden sie kann nicht vom gegner geblockt werden sie kann kein damage vom gegner bekommen sie kann nicht equipped und enchant werden vom gegner so so gut und ja das ist das ist ich muss immer wieder sagen das ist einer der gründe mehrfolg für mich zu spielen jetzt kommen wir zu dem sache weshalb aktuell ganz viele leute mehrfolg spielen und zwar tishana's tightbinder tishana's tightbinder ist ein 3-männer-3-2 mit flash und wenn sie ins spielfeld kommt countern wir also kontern wir eine activated oder triggered ability wenn die aktivierte oder triggered ability die wir kontern von einem artefakt einer kreatur oder planeswalker ist dann kann der spieler die fähigkeit nicht wieder einsetzen bzw sie hat keine fähigkeit mehr sie verliert alle fähigkeiten solange wie tishana's tightbinder im feld ist im modern heißt das zum beispiel ist es ziemlich ziemlich gut gegen sowas wie ein amulett of vigor oder generell einen titan also ein held gegen dieses deck weil es verliert alle fähigkeiten nicht nur diesen etb sondern dann habt ihr 6 mana 6 6 vanilla und das ist krass im legacy haben wir halt möglichkeiten wie stoneforge wenn sie in spielfeld kommt sie zu negaten und dann zu sagen hey solange ich diese tashas tightbinder habe kannst du auch die better skull die auf der hand ist nicht ins spiel bringen wir können damit äther fiolen ausschalten wastelands beanstalks trigger etb trigger von dem kleinen bowmaster und damit eine ganze ganze menge schnelligans betreiben was die karte sehr 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 cool macht und im legacy meiner meinung nach völlig an der plate aktuell ist mehr one of mehr folks drei mana 3 3 emperor mihali der zweite oder die zweite ich bin mir nicht ganz sicher diese karte sagt wir decken die oberste karte des decks immer können wir immer angucken so ist richtig und wir können da mehr volk zauber von carsten wenn wir mehr volk zauber carsten können wir farblos bezahlen und kriegen noch ein eins als mehr volk super interessante karte wenn wir hellband sind also keine karten auf der hand haben das bedeutet der begriff hellband können wir oben vom deck praktisch noch eine zweite karte ziehen und sehen und das ist wirklich gut manchmal ist es deprimierend zu wissen ach ich ziehe nächste runde schon wieder an land aber es ist eine gute karte und wenn sie gut kommt dann kommt sie halt richtig gut dafür habe ich manche leute spielen zwei davon ich habe jetzt eins eins gecuttet habe ich eine sieve lund auf sky and sea diese karte ist mehr von gott und sie sagt sie ist unzerstörbar solange man mindestens zwei andere mehr volks hat das hat man in der regel und wenn sie angreift ziemlich karte und andere mehr volks haben wort 1 sehr sehr mächtig einfach das wort 1 ist so stark und manche sachen muss da hinten einfach mehr eins mehr bezahlen das ist sehr nice dann eine karte für es noch keinen mehr volk gibt brazen borrower dieser kleine fairy rogue ist in diesem deck drin da wir irgendwie auch mal was bei uns können müssen und dementsprechend ist es manchmal einfach gut den mit drin zu haben auch wenn er leider kein kein mehr vergisst aber er ist ein rogue genau wie der true name falls es relevant ist für carven of souls später dann haben wir voldarian hex catcher er neuer mehr volk also neu in anführungsstrichen dominaria ist auch schon fast zwei jahre ja ja es ist zwei jahre ja hex catcher sagt andere mehr volks gegen plus 1 ist 1 wir können mehr volk opfern um nicht grad von zauber zu kontern wenn es sei der wäscherzeit ein manner und die karte hat flash das bedeutet wir können rein flashen und mehr volk opfern und mit denen ein manner mehr bezahlt und im schlimmsten fall ist das ein zwei manner wir opfern ihnen selbst und redner kriegt counter gegen den spell weil er kein manner mehr hat gar nicht mal so verkehrt vor allem übernimmt er halt den curse catcher früher hat man curse catcher drin gespielt ich habe glaube ich irgendwo auch in deck tag mit kurs catcher und so weiter und so fort könnt ihr mal schauen vielleicht findet ihr es noch auf dem channel oder es läuft da 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 oben durch und ja könnt ihr mal schauen dann mehr lords braucht das land wir spielen master of pearl trident 202 zwei andere mehr volks die wir kontrollieren kriegen das 2 bis 2 und haben island walk dasselbe spielen wir noch mal mit lord of the land land ist in hässlichsten versionen die ich hatte weil naja sie waren die günstigsten version die ich hatte den hübsch das wäre es noch und dann sind wir auch schon mit den lords durch wir spielen zwölf lords das ist eine menge silver quill adapt dieser kleine mehr volk wizard war bei mir auf einer abschlussliste bin ich ehrlich ich war überlegen ob man ihn nicht mehr spielt weil er eine karte zieht und aktuell spielen halt sehr sehr viele leute bow master und so weiter und so fort ist aber wie gesagt a mit tisch an das tightbinder kein problem habe ich ja nicht erwähnt dass sie flash hat super wichtig dass sie flash hat egal aber wir haben auch genug lords drin als das uns dann eben der kleine bow master mit einem kleinen ping nicht wirklich stört aber ja muss man darauf achten wenn er schwarz spielt silver quill ist tatsächlich unser einziger card draw der da wehtun könnte dazu haben wir noch vier tight shaper ein blaues mana 1 1 mit kickern farbloses und wenn er gekickert wurde suchen uns ein land aus das wird zum insel und er kriegt besonders eins wenn er eine insel kontrolliert dementsprechend geben wir den mieten eine insel solange tight shaper im spiel ist dann ist er ein 2 2 ja und dann sind unsere ganzen island walks hier aktiviert ja das sind unsere kreaturen wir spielen 30 kreaturen im deck und keine reserve das karte glaube ich oder um sideboard ist glaube ich eine die muss man aber nicht spielen ist glaube ich keine reserve das sonst dann kommen wir zu der teuersten karte stacks vor so viel fünfmal wird konnte ein zauber wir können noch ein blauer karte aus der hand exzellen statt die mann akzeption bezahlen ein muss für blaue decks um tatsächlich gegen combo decks zu bestehen dann drei days auch hier ein counter spell wo wir in der insel zurück auf die hand nehmen können statt die mann akzeption bezahlen wenn er nicht einmal mehr bezahlt wird sein speck gekontert recht wichtig dann vier äther fiolen das ist was lustiges diese ein mann fahrrad war immer noch eins meiner lieblings an fakta wo man halt sagen kann jede runde kommt da eine marke drauf wenn wir wollen und wir können das ding tappen um eine kreatur reinzubringen in diesem deck haben wir wie wir schon gesagt haben nicht so viel auf 1 aber eine menge auf 2 wirklich wirklich eine menge auf zwei aber auch eine menge auf drei und die china zeit bei einer dem man nicht mal bezahlen muss sondern nur mit ender fiole reinlegt ist ganz sweet kann ich sagen ist erfahrung ist wirklich ganz sweet dementsprechend ja da sehr sehr cool dazu spielen wir 24 68 inseln weil wir brauchen nichts anderes zumindest nicht an basic lands acht inseln vier wastelands mit denen können wir nicht standardländer zerstören ist relativ wichtig wenn wir das die mal sehen die ist aber echt hübsch ist relativ wichtig gegen sowas wie tabernakel oder maritlage oder anderen kram wasteland zu haben ist nie verkehrt dann haben wir eine mutter volt die tappt für ein farbloses oder für für ein meiner wird sie zum zwei zweier und kriegt alle kreaturen typen ist immer noch immer land oder eben beziehungsweise und eben zweimal otavara dieses legendäre land können wir auch channelen indem wir das für vier man abwerfen wichtig mit unseren beiden herren und damen hier den beiden sind es legendary creatures damit werden die günstiger und damit können wir den planeswalker enchantment oder kreatur zurück auf die hand geben auch unsere eigenen by the way wenn es ein removal ist und ja ist ein ganz guter bauen spell und wir haben im monoblau halt nicht so viel removal dementsprechend müssen wir halt mit den beiden otavaras und dem brazen borer versuchen alles aus dem weg zu schaffen was uns stört gucken wir uns mal das zeitboard an und jetzt sagen alle blackie das waren aber vier karten zu wenig im mainboard ja das ist richtig ich habe die vier carven of souls vergessen zu zeigen vier carven of souls wir sagen mehr volk an mehr volk können nicht mehr kontert werden eine der besten karten gegen blaue decks und einer der gründe weshalb wir dieses deck spielen sind blaue decks weil sie haben inseln und sie haben konter und sie haben island wo also wir haben island walk und wir können nicht gekontert werden mit carven of souls und deswegen sausau geile karte wirklich aktuell im standard auch drin und pioneer macht jetzt auch unsicher und ja das war das war jetzt das mainboard und gucken wir uns mal im sideboard spiele ich lustigerweise gar nicht so viel blau ich spiele zwei mehr volk trickster für zwei blaue in der 22 flash kreatur die sagt wenn sie ins spielfeld kommt versuchen uns gegner aus eine kreatur und die verliert alle fähigkeiten dazu der harbringer auf der tights 20 22 mit flash wenn wir möchten dann kostet aber vier mana und wenn er ein spielfeld kommen bringen wir eine getappte um getappte kreatur direkt auf die hand damit können wir halt blocker auch auf die hand zurück er angreifer zu auf die hand geben und es ist sehr gut gemacht lage so kira the great glass spinner drei mal zwei zwei fliegen immer wenn das erste mal in einem zug eine kreatur zauber von zauberer fähigkeiten wird wird sie gekontert es ist so 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 wichtig weil denn es gibt ganz ganz wenig mass removal in unserem spiel mittlerweile es gibt eine menge menge single point removal und dementsprechend ist es halt einfach einen punkt den wir beachten müssen wenn der gegner dann versucht mit single point removal uns unsere katten zerstören weil wir brauchen echt viele mehr volks dann können wir mit kira die ressourcen sehr 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 viel besser strangeln die der gegner hat und irgendwann hat er keine mehr ja in diesem sekt spiele ich den den split zwischen hydroblast und blue elemental blast hier können wir roten zauber und rotes permanentes zerstören hier kontern wir einen zauber und zerstören permanentes wenn sie rot sind also wenn es rot ist das eine was wir antargeten und ja ist ein kleiner aber feiner unterschied ist wichtig gegen surgical extraction ansonsten eigentlich nicht so viel und die letzte blaue karte die wir im sideboard haben energy flags dreimal ein enchantment sagt zu beginn des versorgungsmens kostet jedes adfakt zwei mana bei uns sind es nur die äther violen dementsprechend nicht so wichtig beim gegner ist es meistens mehr wenn wir sie reinnehmen und dementsprechend sehr wichtige karte auch diese eine reserfte karte die man nicht spielen muss sondern auch anders spielen kann starb des nichts dass gegner keine aktivierten fähigkeiten von artefakten mehr aktivieren können länder zum beispiel oder oder irgendwelche anderen sachen sehr 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 wichtige karte weiteres artefakt was wir spielen sind zwei chalice of the void für x-mana doppel x kommt da soviel charge counter raus wir setzen es meistens auf eins wir setzen es zu 99,999 prozent auf eins manchmal auf null das war's und wir kontern dann alles was genau diese mana kostet also bei uns eins bei metna eins oder bei uns null bei metna null oder halt wenn wir beides haben beides dann gegen grave chart zwei fairy macabre drei mana zwei zwei fliegen kann man abwerfen und zwei karten zum frieden entfernen warum nicht surgical erstens surgical extraction bleibt am chalice für eins kleben weil surgical extraction kostet ein mana zweitens können wir fairy macabre über die äther violen die wir in unserem deck haben die guten damen und herren hier auch einfach wieder rein spielen das heißt wir können im notfall sogar zwei zwei fliegende blocker haben das dann zwei dismember dismember ist ein removal spell der minus fünf minus fünf gibt es gut gegen marktide regent und andere kreaturen im delver zum beispiel wir müssen da immer mit vier leben rechnen das heißt wir tauschen vier leben gegen fünf leben weil date nation weil die indische kreatur richten aus fünf minus fünf wir bekommen vier schaden statt fünf schaden ja das so der deal und das member zwei stück wir brauchen halt removal als letzte karte karakas aktuell laufen wieder mehr reanimator rum und dadurch dass ich nur fairy macabre drin habe ich mir okay was mache ich ich nehme karakas rein es ist auch gut gegen marit lage ihr merkt schon ich bin kein großer fan von marit lage weil es auch dahin liegt dass das deck halt gegen marit lage echt nicht viel macht oder gegen show and tell oder so es macht nicht viel dagegen und da ist so ein karakas wirklich einfach die genau richtige wahl und jetzt sind wir ziemlich hart durchs deck gerusht gucken wir mal an was der deck talk dazu sagt mehr folge ist ein geiles deck es macht mega viel spaß das deck zu spielen es hat jetzt neue tricks mit dem tight binder bekommen es ist ein aggro deck es ist ein creature deck das einfach heavy rein spielt quer legt draufhaut dann es wird in mehreren formaten sehr ähnlich gespielt also ihr könnt das auch sehr ähnlich in modern spielen und so weiter und so fort deswegen wahnsinnig wahnsinnig cooles cooles deck und mir gefällt es wirklich gut mir gefällt es immens gut und es gibt ja so den einen oder anderen youtuber die halt mehr folgt als ihr pet deck ausgewählt haben es tolerant community college oder nikachu und das vollkommen zurecht das deck macht so viel spaß man kann sich darin echt verlieren und sagen hey ich bin jetzt der mehrfolg spieler und dann kann man immer gespaß haben ich hoffe den spaß hattet ihr auch wenn ihr fragen zum deck habt schreibt unten in die kommentare und ansonsten sehen beziehungsweise hören wir uns beim nächsten video bis dahin ob ihr seht ciao mit